WUKA ist ein Kunstwort aus den späten 80ern. Da betitelte das amerikanische Militär mit WUKA die unplanbaren Bedingungen des modernen Krieges. Heute, 30 Jahre später, sprechen auch alle anderen Manager, Politiker, Soziologen, Berater von einer WUKA-Welt. Das Akronym WUKA setzt sich zusammen aus den vier Begriffen Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. Ja, mein Name ist Björn Hansen. Ich bin Gründer der Morgenwelt GmbH, Gründer des FUTUR2 Festivals, habe viele Jahre lang Fahrraddisco gemacht, überall auf dieser Welt gefühlt schon und bin in diesem Jahr zum Betreiber von zwei Autokinos geworden. Eines in Niedersachsen, eines in Hamburg und hier in Hamburg haben wir insbesondere auch rund 40 Autokonzerte durchgeführt und so bin ich also plötzlich einer der im Moment größten Konzertveranstalter dieser Stadt, ohne es zu wollen sozusagen. Aber das ist spannend. Was bedeutet für mich das ein Wandel hin zu einem zukunftsfähigen Wirtschaften, für mich bedeutet das die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt des wirtschaftlichen Handelns und Tuns zu stellen und insofern ist das keine Neuigkeit. Mir fehlen Konzerte, mir fehlt die Enge in Clubs. Im Geschäftsleben bin ich auch ein großer Freund des Handshakes gewesen. Aber man wird mehr und mehr zum Asiaten, indem man sich so leicht vorbeugt und damit durch Augenkontakt eine Verbindung herstellt. Das funktioniert auch und ich glaube, das sind am Ende nicht die Dinge, die einen wahnsinnigen Verlust bedeuten. Da ändert sich was, das muss nicht schlechter werden. Reicht das Geld für den Winter? Wie viel Geld brauchst du für den Winter? Kriege ich die laufenden Kosten gedeckt? Kann dir jemand dabei helfen? Könnte man sich die Kosten teilen? Hilft die Stadt Hamburg dabei, als Vermieterin? Muss die helfen oder kann es auch andere geben, die helfen? Könntest du jetzt hier jemanden fragen, ob er dir helfen kann? Kann man einen Kurs machen in Bitten? Kann man Bitten lernen? Muss man bitten? Muss man überhaupt laufende Kosten haben? Müssen sich Vermieter an den Kosten der Krise beteiligen? Muss es überhaupt so ein System geben mit Vermietern und Mietern? Muss überhaupt irgendwas irgendwas kosten? Ist all you can eat ein Zukunftsmodell? Also wenn man jetzt die Realitäten vergleicht zwischen vor Corona und jetzt, dann würde ich sagen, nehme ich eine gewisse Entschleunigung wahr, die ich als wohltuend empfinde. Die Corona-Krise hat mich gezwungen, innezuhalten, hat mich gezwungen, zu reflektieren und hat mir damit die Chance gegeben, mich neu auszurichten. Für mich ganz klar, dass Arbeit sinnstiftend ist, jedenfalls die Arbeit, die ich mache mit Herzblut. Und für mich ist das Tun das Wesentliche, um auch mental gesund zu bleiben. Wenn ich was zu sagen hätte, würden wir in Deutschland ein Steuersystem aufbauen, was ausschließlich den CO2-Abdruck der Leistung oder des Produktes in den Mittelpunkt stellt. Den Antivirus? Joe Biden vielleicht. Mal Joe Biden. Hier, das bist du. Hier, das bist du.